Was ist das für ein Gefühl gewesen, dass du dann auf einmal Uli Hoeneß bei dir sitzen hattest oder Uli Kahn? Ich meine, deutschlandweit geht das doch kaum größer. Also das wurde ja doch länger noch, das Gespräch. Ja, es war ein sehr schwieriger Podcast, weil er teilweise einfach sehr kurz geantwortet hat. Normalerweise im Podcast, wenn du eine Frage stellst, dann hast du ja immer Zeit, über die nächste Frage nachzudenken und vorzubereiten. Aber in den anderen sofort, mit einem Satz quasi wieder, weil er die zurückspielt. Aber es war Gott sei Dank so, dass er auch einfach ein interessanter Typ ist. Und das ganze Modell Sanzibar ist halt so speziell. Also so jemanden suchen wir immer wieder. Also das ist absolute Highlights da. Natürlich verdient auch ihr Kohle mit einem Podcast. Ich hörte siebenstelliger Umsatz pro Jahr, wird durch den OMR Podcast erzielt. Durch was denn eigentlich? Werbung. Durch Werbung, ja das ist auch. Was hältst du von UNO-Buch? Ich finde UNO-Buch klasse, weil man sich unkompliziert online absichern kann. Zu kleinen Beiträgen und das Beste ist, dass man sich über Cashback die Beiträge zurückholen kann. Und du? Es funktioniert ohne Gesundheitsprüfung. Es ist für jeden abschließbar und jede Einkommensklasse kann abgesichert werden. UNO-Buch sichert dein Einkommen. Auf ne Tasse Tee mit Philipp Westermeyer, Chef von OMR. Ja, mein heutiger Tee-Gast ist das, was ich in klein in Husum bin. Nämlich der eine der größten Podcaster überhaupt. Kann man ja fast schon so sagen, oder Philipp? Boah, also bezogen auf eine gewisse Szene vielleicht. Du hast ja auch bei Husum abgegrenzt. Ich glaube, ich würde es dann vielleicht so auf die Wirtschafts- und Digitalwelt abgrenzen. Aber ja. Und heute wollen wir mal über deinen Podcast sprechen, generell über dein Unternehmen und über dich als Person, wer du eigentlich bist und wie du so geworden bist, wie du jetzt bist. Und unsere, in Anführungszeichen, Geschichte geht schon ein paar Jahre zurück. Denn als ich meinen Bachelor in Hamburg gemacht habe, habe ich über Podcast-Marketing geschrieben. Und dann dachte ich, gut, wer stünde besser als Experte zur Verfügung als Philipp Westermeyer? Ich schrieb eine Mail und irgendwann bekam ich von dir eine WhatsApp zurück. Neun Minuten Sprachnachricht, alle meine Fragen beantwortet. Und das war mein allererster Kontaktpunkt mit dir. Und seitdem bin ich dir so dankbar und so verbunden. Und da nochmal ganz offiziell, vielen Dank dafür, Philipp. Sehr, sehr bodenständig. Vielen Dank. Also hammer nice. Und dann vor ein paar Monaten hatten wir uns auf einer Moderation nochmal gesehen. Und jetzt sitze ich hier bei dir in deinem Studio, wo so viele andere Menschen schon saßen, die du interviewt hast. Ja. Bist du lieber Interviewer oder Interviewter? Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, besser der Fragesteller. Das liegt mir näher. Ich bin sehr neugierig. Und insofern ist das auch ein bisschen so naturell, Fragen zu stellen. Das passt einfach ganz gut. Ja, wo liegt die Kunst letztendlich im Fragenstellen? Ist es die Neugierde? Du hast ja keinen Journalismus oder irgendwas in diese Richtung gelernt, studiert, richtig? Ähm, also nicht so richtig. Ich habe natürlich schon mit 16, 17 angefangen, so bei der Lokalsportredaktion Essen zu arbeiten, Schülerzeitung, Radioessen, diese ganzen Sachen schon gemacht. Also man, das ist natürlich auch schon irgendwo eine Lehre, wenn man so will. Aber dann nichts in dem Sinne von jetzt einer Veredelung oder einem Studium oder einem richtig auf einem nationalen Niveau oder so. Das nicht. Aber ich glaube, am Ende ist es ja bei Podcasts mittlerweile auch üblich, dass jetzt gar nicht unbedingt Journalisten die Formate machen, sondern dass auch viele andere Leute mit anderen Backgrounds da zu erfolgreichen Formaten kommen. Was es auch so authentisch macht, ne? Häufig sicherlich auch. Aber es soll nicht heißen, dass Journalisten das nicht auch gut machen. Es gibt ja für alles Beispiele. Nur die Welt ist da bunter geworden. Und bei mir ist wahrscheinlich ein Triebfehler, ist wirklich einfach neugierig sein. Ich denke, was man häufig gar nicht so gesehen wird, ist, dass sehr viele Unternehmer diese Neugier als Eigenschaft mit Journalisten zum Beispiel teilen. Man denkt ja immer, das ist eine ganz andere Welt. Journalisten auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite. Aber also in der Beziehung auf Neugierig sein, wissen wollen, was los ist, das ist häufig sehr, sehr ähnlich. Okay. Wenn du auf Unternehmer, sind ja primär Unternehmerinnen, Unternehmer, die du hier interviewst, wie gehst du auf diese zu? Mittlerweile ist OMR, der OMR-Podcast ja eine Marke, aber vier, fünf, sechs Jahre zurück. Wie bist du auf die zugegangen? Und hast dich letztendlich überzeugt, dabei zu sein? Ja, also es fing ja an mit unserem Umfeld. Ich bin ja selber einer Unternehmer in der Digitalwelt und kannte natürlich entsprechend auch ein paar andere. Und dann gab es irgendwie Treffen und man kannte sich einfach als Gleichgesinnter. Und dann habe ich den Podcast angefangen damals und das war ja noch was Neues. Und da habe ich die jetzt so eingeladen, die ich kannte in meinem Umfeld. Und da habe ich das dann auch Umfeld immer mehr gestretched und erweitert. Und es wurde dann gut gehört. Und dann ist es so ein organischer Prozess gewesen, von einem zum anderen so ein bisschen auch weiterzugereicht zu werden. Dann hat der eine oder andere es gehört, dann hat er auch manche Lust bekommen, selber mitzumachen. Dann gab es natürlich nochmal einen großen Durchbruch, als Dieter Bohlen mal kam. Das war natürlich jetzt kein Mensch aus meinem Umfeld oder so. Aber da gab es einen Kontakt und dann auch die Idee natürlich, dass der auch eigentlich de facto Digitalmarketing macht mit seinem Instagram. Ja, das war auch die Zeit, wo er sein Inside-Channel so... Ja, genau, genau. Und dann haben wir das mit ihm gemacht und dann habe ich nochmal verstanden, wozu das führt, wenn man mit solchen Persönlichkeiten spricht. Und auch, dass es einfach natürlich Aufmerksamkeit gibt, das ist klar, aber es bringt auch einfach einen tollen Podcast. Also das ist sicherlich bis heute einer der besten Podcasts, die ich je aufgenommen habe. Weil Reichweite oder weil wirklich inhaltlich so stark? Inhaltlich, also Reichweite auch, aber da gehört er glaube ich nicht mehr zu den Top Ten oder auch nicht mehr zu den Top 15 oder so. Aber der ist ja schon ein paar Jahre her. Aber inhaltlich, ganz viele Leute sind darüber eingestiegen, sind darüber auf uns aufmerksam geworden und bis heute ist es eine Referenz. Insofern hat sich das mit ihm nochmal das ganze Thema ein bisschen beschleunigt und danach haben wir dann immer wieder auch gesagt, okay, wie können wir denn unsere Blase, unsere Wirtschaftswelt ein bisschen weiter ausdehnen. Wie bereitest du dich auf einen Podcast mit beispielsweise Dieter Bohlen vor? Also wir bereiten uns als Team vor, kann man schon sagen. Da sind dann auch viele Kollegen involviert mittlerweile, die Sachen raussuchen. Ich gucke mir natürlich dann die naheliegenden Sachen an und kriege dann auch Artikel geschickt mal von Kollegen. Dann liest du mal den Artikel oder gucke mir natürlich auch deren Insta an, was sie letztlich da gemacht haben in den letzten Tagen. Und bei manchen Leuten muss man in der Tiefe einsteigen. Und bei anderen ist quasi mein generelles Leben irgendwie eine Vorbereitung. Bei Uli Hoeneß habe ich natürlich noch extrem viel gemacht, aber eigentlich vieles wusste ich, weil ich jetzt nicht irgendwie in diese Welt reingekommen bin vor fünf Jahren und mich eingewöhnen musste, sondern weil ich ganz viele der Themen seit meinem Leben lang verfolge. Also ich bin da sehr, sehr lange schon wirtschaftsinteressiert und sportinteressiert und Kultur oder Musik interessiert. Und deswegen ist das häufig dann auch naheliegend. Also dann geht man natürlich mal in die Details, aber viele Sachen, die verfolge ich quasi ohnehin. Auch ohne Podcast hätte ich das verfolgt. Und wenn ich die jetzt so zum Mittagessen treffen würde, hätte ich die selben fragen. Diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen und ich muss sagen, da wo ich herkomme, Nordfriesland, Flensburg oben in der Ecke. Ja, ich würde mich gerade erkennen. Ist so. Ja, klar. Ich habe in den letzten Wochen immer voll gehypt erzählt, so, 22. Februar darf ich zum OMR da Philipp Westermeyer interviewen. Und zwar still im Raum. Ich sage, ist doch geil, oder? Und wie, wer ist das? Da bin ich eher froh drüber, dass es halt irgendwie ein Branchenphänomen ist. Ist es sehr angenehm, ja? Ist es angenehm für dich? Ja, ich glaube schon. Ich habe dich nämlich auch bei der Moderation eher als sehr, doch eher zurückhaltenden Menschen wahrgenommen. Ist das so? Ja, ist halt die Frage, wer ist das im Vergleich zu was und in welcher Situation. Zu Robert Geist, den du ja auch im Interview hattest. Ja, da wahrscheinlich schon, ja. Nee, ich habe es nie darauf angelegt, in meinem Berufsleben jetzt einen Job zu machen mit einer Bühne oder Rampenlicht oder sowas. Überhaupt nicht. Das hat sich am Ende schon noch ein bisschen ergeben. Und ich habe es natürlich auch angenommen und auch erkannt, dass da ein Wert drin liegt. Das ist ja auch alles richtig. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie angestrebt hätte. Selbst, es hört sich ja komisch an. Es gab ja mal eine Zeitschrift, die Philipp hieß und an mich angelehnt war. Ich habe ja vom Hamburger Abendblatt wohlgemerkt, der damalige Chefredakteur Lars Heider hat das sich ausgedacht und ich habe es natürlich auch mitgemacht. Und deswegen denken vielleicht auch manche, ich sei der totale, ich muss eine eigene Zeitschrift haben Typ. Aber eigentlich würde ich mal sagen, bin ich eher Unternehmer. Und ja, bin jetzt nicht, oder habe auch jetzt teilweise mitbekommen, was man sagt, im Umfeld, im Bekanntenkreis, wenn Leute wirklich prominent sind, das hat auch sehr viele negative Seiten. Und wenn man damit viel Geld verdient, ist das auch alles fair. Ja, aber ich wäre es nicht unbedingt gerne. Also jetzt national. Wenn du jetzt über die Schanze läufst, bist du erkannt? Ich glaube, von dem einen oder anderen vielleicht, weil hier sind auch meine Mitarbeiter und Kollegen und Kunden und so. Aber also, nee, es ist jetzt nicht so. Wenn ich in Hamburg durch die Innenstadt laufe, glaube ich, also ich weiß es nicht, aber im Zug Hamburg-Berlin trifft man über die Leute oder so. Es ist echt überschaubar und es ist ja auch Erwachsene. Ich habe jetzt ja keine Massen und keine jungen Leute oder sowas, sondern wirklich Erwachsene, die jetzt den Podcast vielleicht hören. Das sind dann schon eine Menge Leute, aber die verteilen sich gut und die sind auch, glaube ich, an sich so, dass die dann erkennen würden, ey, also Gott sei Dank. Also ich brauche das nicht. Du hast deine Mitarbeiter angesprochen, wir reden von knapp 300 mittlerweile, ne? Sogar noch ein bisschen mehr, ja. Wechseln die die Straßenseite, wenn sie dich sehen oder bist du ein angenehmer Chef? Fairerweise müssen sie das ja sagen, ne? Also mit der Straßenseitenwechsel habe ich aber jetzt noch nicht erlebt. Aber vielleicht ist es auch so clever gemacht worden, dass ich das ja nicht sehen konnte, aber I don't know. Ich glaube, es ist okay. Ich frage nicht deshalb, aber es ist ja einfach schön, einen Podcast vor Ort zu machen, dass man einfach schon mal Impressionen erfährt, wenn man vor Ort ist. Und ich kam hier an, ich komme aus dem Dorf, letztendlich aus einer Kleinstadt, komme hier an und man ist voll, man ist mitten in Hamburg. Und wenn man hier unten in euren sogenannten Campus kommt, wie ich höre, das ist schon mal eine ganz andere Welt. Und wenn man hier oben reinkommt, es gibt mobile Arbeitsplätze, ist es dieses New Work, von dem so viele Leute sprechen, die sind die Hierarchien hier. Erzähl mal ein bisschen was über dein, wie du es so genennst, bis. Ach, das ist sehr gewachsen einfach über die Jahre und es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, New Work fließt jetzt nicht in dem Sinne ein, dass wir sagen, wir wollen jetzt gerne New Work Sachen bei uns einführen, weil die sollen sinnvoll sein, hat uns jemand erklärt. Sondern, also jetzt Remote Work hat sich etabliert, hat auch in der Pandemie Sinn gemacht. Gibt es jetzt auch, wünschen sich viele, macht vielen, glaube ich, mehr Freude, so zu arbeiten. Versuchen wir abzubilden, in einem gewissen Rahmen auch nur, auch Präsenz ist bei uns sehr wichtig. Telefonkabinen, dass man so überall mobil arbeiten kann, ist zwangsläufig, wenn du willst ja auch irgendwie nicht zu viel Fläche haben, dann ständig leeren Stand haben, willst es irgendwie auch effizient nutzen, dann brauchst du halt Telefonkabinen, wo dann mal Leute hingehen können zum Telefonieren oder auch zum, weiß nicht, Ruhe, was mal zu machen. Also viele Sachen haben sich einfach ergeben und dann haben wir festgestellt, ja tatsächlich, das hat eine Überlappung mit dem, was bei New Work oder in vielen Konzepten auch so erklärt wird. Aber ich gebe dir nochmal ein Beispiel, was ich total aufschlussreich fand. Also bei uns im Büro sind eigentlich seit Jahren irgendwelche Baustellen, weil wir ein Studio bauen, weil wir umziehen, weil wir ein neues Büro nebenan dazubekommen und Durchbruch machen, weil irgendwas ist, weil wir ein neues WLAN brauchen, weil so viele Leute auf einmal da Videocalls machen. Es ist immer irgendwas, hier ist nie fertig und das hat mich jahrelang total genervt und ich dachte, irgendwann muss das Büro nochmal fertig sein. Und dann hat mir jemand aus dem New Work Umfeld, mein Kumpel Michael Traubmann tatsächlich, hat mir erklärt, dass es häufig in Firmen mittlerweile bewusst so gemacht wird, dass da irgendwie Bewegung ist, auch umgezogen wird, um halt den ganzen Team und den Mitarbeitern zu signalisieren, hier ist Dynamik, hier ist Aufbruch, nichts ist gleich, du kannst hier Karriere machen, man sitzt nicht 30 Jahre im selben Eckbüro und es wird nie saniert. Und seitdem sehe ich das viel positiver, dass bei uns hier ständig Baustellen sind, weil ich denke, das ist halt ein Teil der Kultur, das gehört dazu und das sendet positive Signale ans Team. So, habe ich deswegen Baustellen jetzt in den letzten Jahren aufgerissen, um das zu machen? Nein, aber ich erkenne jetzt daran eine Logik und das passt dann irgendwie in den New Work Kontext. Kannst du uns mal mitnehmen, das Wachstum von OMR letztendlich, wann habt ihr wo angefangen und wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt so groß seid? Angefangen habe ich 2009 für Freunde und Bekannte, die mich gefragt haben, Online-Marketing-Seminare zu veranstalten. Also ich hatte damals Online-Marketing-Technologiefirmen, Banner, die einen verfolgen, nichts ist besonders sexy, aber damals sinnvolle Sache. Und da haben mich immer Leute gefragt, Mensch, du kennst dich da aus und das war die frühen Tage noch und da konnte ich aber nicht mehr allen Einzelnen helfen, da habe ich das Seminar gemacht und dann drei Tage da selber referiert, was ich wusste über digitales Marketing, Suchmaschinen und sowas alles. Und dann sagten die Leute, Mensch, das waren ja tolle Tage, haben sich teilweise auch irgendwie Freundschaften gebildet, sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs, gab es alles nicht. Daraufhin habe ich dann das OMR oder damals Online-Marketing-Rockstars einen Tag ins Leben gerufen, so als Upselling kann man so sagen, aber auch da es halt Freunde und Bekannte waren, haben wir dann da auch Musiker eingeladen, ein bisschen Party gemacht, das haben wir cool gemacht. Und dann haben die sich halt Jahr für Jahr darauf gefreut und dann wurde dieser Tag und die Seminare mehr und größer und es kamen neue Absolventen von den Seminaren und es griff so ein bisschen um sich. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass auch Leute da teilweise Monate schon vorab nachgegoogelt haben, kann man so das Suchvolumen sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, wenn dich Leute so stark dafür interessieren, dann suche ich mal einen Redakteur, wo wir täglich einen Artikel schreiben können. Dann habe ich Roland gefunden, Eisenbrand, den ich schon kannte. Der hat dann angefangen, täglich einen Artikel zu schreiben. Und dann haben wir weitere Redakteuren dazugenommen. Später kam dann die Chance mit den Podcasters zu, das Event wuchs. Ich bin auf Podcast gestoßen, durch Zufall ein, zwei Jahre, bevor der Hype richtig losging. Beim Spazierengehen mit deinen Kindern, ne? Korrekt, ich habe dann mit meiner Frau mal ausschlafen konnte und wir hatten damals junge, oder Baby, Zwillinge, habe ich den frühmorgens rumgeschoben und dann irgendwie aus Langeweile amerikanische Podcast gehört. Und dann, ja, teilweise zweistündige Spaziergang gemacht und meine Frau ist dann schon in Panik, wo warst du so lange, ne? Mit den Kindern und dann habe ich den Podcast gehört und dann aus diesem Spirit heraus dann immer, jetzt mache ich mal selber einen. Hat das dann auch irgendwie in die Zeit gepasst und gut funktioniert. Also kam das Podcast-Thema dazu und dann hatten wir auf einmal ein Event. Wir hatten ein Weiterbildungs-Business über die Seminare. Wir hatten dann das Podcast-Business, dann haben wir in der Pandemie unsere Software-Bewertung angefangen zu machen. Also eine Art digitale Messe, wo man tagtäglich, 15 Stunden, Software-Bewertung nachlesen kann, wo sich echte Nutzer über Business-Software austauschen, so was man halt am besten vor einem Kauf mal nachliest, was sagen Leute über die Software, die ich jetzt hierfür, was auch immer, eigentlich einsetzen möchte. Ja, und so ist dann wirklich eins zum anderen gekommen. Letztendlich sind es fünf Business-Units quasi hier, ne? Es gibt auch eine Jobbörse oder eine Jobvermittlung. Mittlerweile muss man fast sagen, ein richtiges HR-Team, wo wir halt helfen Firmen im Personalbereich. Inwiefern? Wie macht ihr das? Und welche Expertise habt ihr da? Was könnt ihr besser als andere Portale? Also es angefangen hat mit einer ganz einfachen Jobbörse. Online-Marketing-Jobs.de, das war halt, ich kannte halt viele Leute. Und da haben mich immer alle gefragt, hast du eine Idee, wo ich jemanden herbekommen könnte oder wo ich einen Job finden könnte? Und dann habe ich naiverweise gedacht, okay, bevor ich da jetzt irgendwie allen irgendwie versuche, irgendwelche Intros zu schreiben, das wird viel zu viel, ich mache da jetzt einfach mal ein Jobboard. Und das hat aber nicht funktioniert. Dann haben wir es über die Zeit ans Laufen bekommen. Und dann hat ein Kollege, der Dual, dieses Jobboard irgendwann übernommen und das immer weiterentwickelt. Dann haben wir irgendwann Firmen gefragt, Mensch, können wir uns nicht mal als Firma vorstellen, statt dass wir da immer nur Jobs irgendwie bei euch posten auf dem Jobboard. Dann haben wir halt angefangen, so Präsenzen zu ermöglichen, wo sich Firmen vorstellen, wo wir dann Leute einladen zur Firmenvorstellung. Und dann sind wir halt tiefer in diese ganze HR-Welt über Jahre eingestiegen und haben uns im Austausch mit auch Firmen überlegt, was brauchen die, wonach suchen die, wie können wir da helfen. Und daraus ist jetzt dieses ganze Projekt quasi entstanden. Ja, wir sind jetzt in den letzten Jahren ein paar Beteiligungen eingegangen, weil wenn uns irgendwie jemand gefragt hat, ob wir uns immer beteiligen, machen wir eigentlich nicht. Aber hier und da, wenn wir wirklich helfen können oder auch mit Media-Leistung arbeiten können oder mit ganz kleineren Cash-Komponenten arbeiten können, haben wir jetzt ein Beteiligungsportfolio, das jetzt unter OMRX läuft. Also ein Fonds ist jetzt viel zu hochgehängt, aber da sind halt so Firmen drin, die uns nahestehen. Und so hat sich hier wirklich in den letzten Jahren einfach das eine oder andere ergeben. Es folgt keinem Businessplan. Es ist jetzt tatsächlich eine Firma mit ein paar hundert Leuten, muss man auch sagen. Dann braucht man eine Verwaltung und geprüfte Abschlüsse und sowas. Das alles haben wir uns jetzt auch dran gewöhnt. Und ja, jetzt überlege ich immer wieder so, wo das wohl hinführt. Es gibt da jetzt aber keinen Masterplan, dass man sagt, ich will jetzt das und das erreichen. Hat es, habe ich ja gerade beschrieben, nie gegeben und eigentlich sind wir damit ganz gut gefahren. Aber ich sehe es halt schon so als Medienfirma im weitesten Sinne. Vor einem Jahr, OMR-Konferenz, ging wieder los. Ich hatte Tickets, Termin kam dazwischen. Ich versuchte sie über Insta zu verkaufen. Und ich dachte, na gut, die werden eh in einer Stunde weg sein, wenn ich sie reinstelle. Bekam so viele Nachrichten, was ist das denn? Was soll das? Was passiert da? Und ich sagte schon, oben bei uns im Norden ist das noch gar nicht so nah, so greifbar. Kannst du vielleicht mal in leichten Worten erklären, was kann die OMR-Konferenz und warum sollte man, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, dabei sein? Also das ist ein Zwei-Tages-Event. Wir erwarten so ungefähr 70.000 Personen. Es gibt es, glaube ich, elf verschiedene Bühnen. Es gibt eine ganze Messe, also Hallen, wo sich Softwarefirmen oder andere Digitalfirmen präsentieren. Es gibt irgendwie mehrere hundert Masterclasses, wo man im Detail einsteigen kann, in verschiedenste Themenfelder, wo man sich lernen kann in der Tiefe, 90 Minuten. Und so ist es halt am Ende ein Paket aus was lernen, Kontakte knüpfen, vielleicht auch geschäftliche Anknüpfungen aufbauen und dann Inspiration durch dann sozusagen Highlight-Speaker. Beispielsweise, wer war schon mal da? Also wer letztes Jahr war, war Ashton Kutcher da, war auch Yuval Harari, der Philosoph, war da. Hollywood-Prominenz, aber auch Gründer von großen Digitalfirmen. Natürlich, wir erwarten dieses Jahr den CEO von TikTok, also schon, sind aber am Ende 600, 700 verschiedene Referenten und Prominente und Stars, aber halt auch einfach Fachexperten. Das ist die Balance, das ist schon am Ende ein Business-Event im Kern, aber da es halt für eine junge Zielgruppe ist, auch die DNA von früher, dieser Freundeskreis ist natürlich jetzt bei 70.000 Leuten nicht mehr so, dass ich da jetzt alle kennen würde. Aber es hat immer noch dieselbe, hoffe ich zumindest, DNA, wo man halt ein bisschen mehr tut und den Leuten auch Freude machen will, weil man sich halt schätzt. Und deswegen sind da abends Konzerte und es ist auch ein bisschen einfach so eine gute Zeit. Und ja, also uns wird dann immer so negativ vorgeworfen, da ist auch Party. Warum nicht? Da ist auch abends ein bisschen Feier. Von wem wird das denn negativ euch vorgeworfen? Ja, das ist in der Branche, wenn man jetzt guckt, was ist an uns vielleicht auszusetzen, dann sagen Leute, das ist ja ein Party-Event. Es ist sicherlich im Kern kein Party-Event, aber es ist auch eben ein Event, wo halt Party stattfindet. Und ich finde es ehrlicherweise nicht schlecht, aber weiß, dass es halt manchmal so auch genutzt wird, um uns irgendwie zu argumentieren, warum man vielleicht lieber auf andere Messen geht. Mag hier auch nicht jeder, aber es ist auch nicht den ganzen Tag. Du sprichst von dieser Mixtur aus Expertise, Fachexperten und Prominenz. Letztendlich hast du diese ja auch im Podcast. Inwiefern sind da Synergien möglich zwischen dem OMR-Podcast und der OMR-Konferenz? Total, viele. Also viele der Podcast-Gäste kommen ja dann zum Festival. Ja, deshalb, weil sie dadurch auch die Konferenz kennenlernen? Also da gibt es verschiedenste Konstellationen. Also jetzt Robert Geis, den kannte ich auch nicht, habe ich jetzt dann kennengelernt bei einem Podcast und haben uns gut verstanden und jetzt dann Kontakt aufgenommen, sozusagen gehalten und jetzt habe ich ihn eingeladen und gefragt, ob er nicht auch zur Konferenz kommen würde, weil der Podcast wahnsinnig gut gehört wurde. Und dann meinte er, ja, alles klar und haben mal was ausgemacht und jetzt ist er halt im Mai dann auf der Konferenz. Das ist so ein Beispiel. Der kürzlich war der Evan Spiegel, der Chef von Snap im Podcast. Ich weiß nicht, ob der jetzt kommt, aber zumindest ist Snap halt sehr präsent beim Festival und hat dann einen Stand und verschiedene andere Ansprechpartner und so spielt man sich die Bälle da so ein bisschen zu. Es gibt natürlich Leute, die bei uns regelmäßig im Podcast auftreten, die machen dann auch Keynotes, also Pip Klöckner, Sven Schmidt, Tarek Müller, About You, auch regelmäßige Podcast-Gäste, die regelmäßig natürlich auf dem Festival auftauchen. Das ist natürlich schon so verschränkt, aber macht ja auch Sinn, liegt nahe, hat natürlich auch mit Menschen in Beziehung zu tun, aber es folgt jetzt keinem harten Gameplan. Nee, einfach so wie es kommt letztendlich oder habt ihr eine gewisse Strategie? Es gibt in Einzelfällen, die Strategie ist, man sagt, okay, dann würde jemand gerne eine Geschichte erzählen und die dann vielleicht vorbereiten und im Podcast schon mal sich sozusagen ausbreiten und dann aber vielleicht nochmal im Festival in die Tiefe gehen. Das gibt es schon mal, dass man sowas überlegt. Oder dass wir halt sehen, Podcast-Gäste, die besonders gut gehört werden, dass die doch nochmal vielleicht, das Rest scheint ja schon mal groß zu sein, dass die doch nochmal zum Festival ansprechen. Welchen wurden denn am meisten bei euch gehört? Durchschnittliche Reichweite habt ihr, ich hatte gehört, nach sechs Wochen ungefähr, checkt ihr immer mal dann knapp 100.000 Hörer pro Folge. Genau, das ist gut, das ist gut. Und ist das viel? Sind 100.000 Hörer für einen Podcast in Deutschland? Ist das viel oder wenig? Die Transparenz ist ja gar nicht so gegeben in der Podcast-Szene. Absolut, ja. Ist das viel oder wenig? Das ist schon die richtige Frage. Also die größten deutschen Podcasts haben so an die eine Million Hörer. Pro Folge? Pro Folge, ja. Die erscheinen aber auch einmal die Woche oder sowas. Ja. Oder vielleicht zweimal die Woche. Das ist so das absolute Maximo. Welche sind das? Das sind, glaube ich, so gemischtes Hack. Das ist, glaube ich, auch Fest & Flow gehört noch dazu. Das ist irgendwie, auch in die Richtung geht ab und zu Lanz & Precht, der Podcast. Das ist ja eine richtige Erfolgsstory, weil es den erst, den gibt es gerade mal ein Jahr. Die anderen beiden aufgezählt, die gibt es schon viele, viele Jahre. Ja, so viele Jahre auch noch nicht, glaube ich. Also ich glaube, gemischtes Hack gibt es auch noch gar nicht so lange. Fünf Jahre vielleicht. Gut, kommt aber relativ, was heißt lang, ne? Die Podcast ist ja generell jung, ne? Genau. Aber die gibt es länger und es gibt dann wieder auch erfolgreiche YouTuber, also die... Klar, die eine Grundreichweite sowieso schon haben. Die jetzt einfach übertragen in die Podcast-Welt. Ja. Reso macht einen sehr erfolgreichen Podcast, auch einer der größten. Ja. Aber die haben dann so, sagen wir mal mehrere hundert oder sechs, sieben hunderttausend bis zu einer Million, je nach auch, glaube ich, Folge und Jahreszeit und sonst was. Und im Vergleich dazu sind natürlich dann jetzt hunderttausend oder wir haben auch auf tolle, also auf ganz herausragende Folgen haben wir dann auch 150 oder sogar 180.000 Hörer, das ist aber... Aber die Millionenmarke ist noch weit entfernt. Die ist für uns noch weit entfernt. Obwohl ein Dieter Bohlen da ist, ein Uli Hoeneß, ein Oliver Kahn, der Chef von Snap und so weiter, da kommt ihr nicht hin zu dieser... Also auf eine einzelne Folge in der Millionen, das ist noch weit entfernt, muss man sagen. Und woran liegt das? Also ich glaube, wir sind in einem Bereich Wirtschaft, der nicht jetzt allen was sagt. Wir haben auch jetzt keine Kulthörerschaft in dem Sinne, wo Leute wirklich einfach Hardcore-Fans sind. Ich glaube, von bestimmten YouTubern ist man einfach Fan, da guckt man alles, da ist man dem wahnsinnig nahe und ist einfach Teil dieser ganz engen Community. Das habe ich jetzt so nicht. Also das ist jetzt irgendwie... Da haben wir gerade drüber gesprochen, irgendwie so Kult-Fans. Also die Leute hören nicht wegen dir, die hören primär wegen des Gesprächsgastes. Absolut, und wegen des Themas und vielleicht auch wegen der Thematik, also der Herangehensweise, dass ich jetzt irgendwie diese richtigen Fragen stelle, hoffentlich, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie mich jetzt da öffne oder da irgendwie eine große dominante Rolle spiele. Insofern ist einfach Wirtschaft leider, muss man sagen, ein Thema. Wir versuchen das ja schon zu entwickeln und zu stretchen und wir sind auch für den Wirtschaftsbereich ein sehr, sehr großes Format, vielleicht eines der größten, sicherlich im Business-Bereich. Aber es ist halt von all den Themen, die es so im Leben eines Menschen gibt, gibt es ja weiterhin so zehn, zwölf große Themen, so viele sind es ja gar nicht. Das Wirtschaft hat nicht Nummer eins oder auch nicht Nummer zwei. Was sind deine Lieblings-Podcasts? Welche hörst du? Das ist eine Frage, auf die ich immer ausweichend antworten muss, als Mitverantwortlicher für ein großes Podcast-Studio. Da gibt es sonst immer Ärger. Also ich antworte immer gerne mit amerikanischen Formaten, da kann sich keiner beschweren. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Inspiration. Der Podcast, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gehört habe und wo ich am meisten über Podcasts gelernt habe, ist der von Bill Simmons. Ein großer amerikanischer Sport-Podcast. Der Typ ist einer der absoluten Podcasts, ja, so Early Days OGs, so. Bill Simmons ist eine Legende im amerikanischen Sport, auch im Journalismus, muss man sagen. Hat seine Firma später an Spotify verkauft, sein eigenes Podcast-Studio war, früher bei ESPN. Er hat selber sehr viele Personen aufgebaut, also wenn du dir amerikanische Sportjournalisten anguckst, viele der Besten, hat Bill Simmons entdeckt und über seinen Podcast selber groß gemacht, später wurden sie abgeworben oder so. Er ist schon eine Legende. Sport hast du jetzt schon mehrfach angesprochen, ist das eine Leidenschaft von dir? Ja. Was ist das für ein Gefühl gewesen, dass du dann auf einmal Uli Hoeneß bei dir sitzen hattest oder Uli Kahn? Ich meine, deutschlandweit geht das doch kaum größer. Das stimmt. In Richtung Sport. Ja, aber es war auch für mich, also, am Ende habe ich mich natürlich so ein bisschen auch jetzt über die Jahre an die Situation gewöhnt und dann sah man es sozusagen entstehen und ich bin denen ja nicht jetzt auf einmal begegnet oder so oder so oder von heute auf morgen, sondern, aber trotzdem, in der Tat war ich da beeindruckt und irgendwie nochmal anders vielleicht angespannt als beim normalen Podcast, weil es auch bei denen war, an der berühmten Säbener Straße in München, die man ja seit 30, 30 Jahren, von der ich höre. Man sah sich halt mal da, nicht zur Vertragsunterschrift leider, aber zum Podcast und das war schon cool, ja. Hammer. Bist du noch nervös vor solchen Menschen? Ja, nervös in Teilen. Also, ich bin jetzt nicht mehr so total aufgeregt. Nee, legt sich mit der Zeit, ne? Aber man ist angespannter und hofft, dass dann auch mehr so die Details sind, dass dann irgendwie, wenn wir da jetzt, manchmal rücken wir da an mit Videoteam und Podcastteam, dass sie dann nicht irgendwie genervt sind, weil sie das als kleinere Setting erwartet haben oder dass alle pünktlich da sind oder dass irgendwie die Aufnahme funktioniert und da ich nicht nachher aufgrund von Sachen, die ich gar nicht verschuldet habe, Probleme oder eine Situation bekomme. Aber, nee, eigentlich habe ich eine gute Anspannung und bei Uli Hoeneß hat man vielleicht nochmal eine andere Anspannung als sonst, aber jetzt eine harte Nervosität in dem Sinne. Wann hast du diese? Wenn du deine Keynote auf der Konferenz hältst vor zigtausend Menschen oder? Also, schon, ja. Also, ich glaube, eine Grund Nervosität brauchst du auch. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Auch da gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber mein Berufsleben generell führt ab und zu mal zu Momenten, wo man ein bisschen nervös ist. Aber, ja, ich kann damit gut umgehen und es ist auch nicht jetzt so, dass ich dann nicht schlafen kann oder so. Den Podcast haben wir jetzt erfahren, machst du einerseits natürlich, um Kontaktpunkte zu haben, auch eine Leidenschaft mit ist, aber natürlich verdient auch ihr Kohle mit einem Podcast. Ich hörte, siebenstelliger Umsatz pro Jahr wird durch den OMR-Podcast erzielt. Durch was denn eigentlich? Werbung. Durch Werbung. Ja, das ist auch unser Thema letztendlich, mit dem wir beiden mal in Kontakt gekommen sind. Werbung im Podcast. Wie groß ist dieses Thema immer noch? Werbeplatzierung in Podcasts. Wird das immer noch mehr? Ja, ich denke schon, also wir sind da sicherlich nicht die Allergrößten, aber es ist in der Branche üblich, dass da Werbung drin auftaucht, also häufig auch von den Hosts eingesprochen, mache ich ja auch selber, dass ich dann Werbehinweise einspreche, so eine Minute lang. Ja, ich erinnere mich an meine Recherche damals zu meiner BA, zur Bachelorarbeit, einfach dieses persönliche Einsprechen, das finden die Hörerinnen und Hörer ja auch natürlicher und authentischer, wenn du selbst die Werbung einsprichst. Ja, ist auch natürlich die Herausforderung, dass man da auch Sachen... Native Advertisement? Ja, vielleicht fällt es da runter, ja. Ja, ich glaube schon. Aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich dann schon auch da ein bisschen ja, als mit auskennen sollte, bestenfalls, dass man nicht die ganz wilden Sachen da bewirbt, die man vielleicht auch gar nicht kennt oder so. Muss man da immer hinterstehen, hinter dieser Werbung oder der Marke? Ich glaube, man muss nicht hinter allem mit voller Wucht stehen, man kann das ja auch gar nicht, wenn man auch alles nicht im Detail kennen kann, aber man muss zumindest den Grundspirit und das grundsätzliche Geschäftsmodell, was da aber, muss man irgendwie akzeptabel finden, glaube ich, und bestenfalls auch cool finden, das ist auch häufig der Fall bei mir. Also ich denke, okay, das ist eine coole Sache, das ist eine gute Firma. So, insofern, das sollte man schon ein Grundverständnis haben dafür, was die machen und so, dass man da nicht ganz kalt erwischt wird, aber genau, wie gesagt, das ist eine Werbung, ist die einzige Umsatzquelle für Podcasts, es gibt noch ein paar Aboerlöse in manchen Fällen, bei uns nicht, aber das ist meistens vernachlässigend. Ja. Ja, oder es gibt auch noch Spenden und so, ne, aber. Da habe ich den Podcast von Gabor Steingart, kennst du ja sicherlich auch und er fing ja mal an komplett, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre gar keine Werbung zu schalten, gar nichts und irgendwann hat er mal dieses Abo-Modell eingeführt. Ich kenne da jetzt auch keine Zahlen und so weiter, wie viele, springen das da jetzt ja auch mittlerweile drin, aber ein Abo-Modell ist für euch derzeit kein Thema, richtig? Ne, ist für uns kein Thema, die Erfahrung zeigt bei anderen, dass das auch jetzt nicht so wahnsinnig groß wird. Bei Gabor Steingart ist es was anderes, da gibt es ja auch ein Abo für die gesamte Plattform. Ja, nicht nur für Sack, genau. Und da gibt es auch, glaube ich, noch sehr viele Leute, die das einfach supporten, was er macht, generell, da geht es um Journalismus, Nachrichten, tagesaktuelle, politische Journalismus und da gibt es Leute, die das einfach auch aus diesen Gründen nochmal fördern und das ist nochmal was anderes. Wahrscheinlich ist das das beste Podcast-Abo-Modell am Ende, das es überhaupt gibt und das ist halt aber ein sehr spezielles. Ansonsten gibt es da nicht so viele Beispiele für. Meine letzte Frage im Podcast sind an sich immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Beziehungsweise anders gefragt, mit wem würdest du gerne mal einen Podcast machen, wenn du könntest? Mit Jay-Z. Allerdings brauche ich, also Podcast ist ja bei uns immer englischsprachige Podcast, ich glaube nie so gut, ich glaube bei dem würde es dann schon gehen. Den verfolge ich jetzt auch seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten und ja, krasse Geschichte, die der so hat. Wie der so, diesen Einfluss, den der da aufgebaut hat, diese Persona, finde ich schon auszwischen abgefahren. Dann ein bisschen realistischer vielleicht, was kann man erwarten in diesem Jahr beim OMR Podcast, welche Gäste können noch kommen? Können da überhaupt noch welche kommen, die ihr bislang hattet toppen können? Auf dem Weg hierhin habe ich Grönemeyer im Auto gehört und dachte ich, Mensch. Musik von Grönemeyer oder Podcast von Grönemeyer? Ne, ich habe Musik von ihm gehört. Achso. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre da vielleicht auch nochmal einer. Ja, die brauchen natürlich immer schon auch irgendwo eine Nähe zur Wirtschaft und Ankniffungspunkt, dass man über Business oder Digitalmarketing oder sowas gereden kann. Bei ihm bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so der Fall wäre, weil der ist ja wirklich sehr stark Künstler und Musiker, ob der da jetzt auch nebenher so Themen anbietet. Also bei Til Schweiger, der ist Schauspieler, aber auch Produzent und Macher und Hotelbetreiber und so. Das weiß ich jetzt bei Grönemeyer nicht so genau. Aber, tja, wen gibt es denn? Kurze Zwischenfrage. Mein Podcast wird in Nordfriesland ausgestrahlt und ein Podcast hattest du auch schon mal in Nordfriesland, nämlich auf Sylt. Oh ja. Mit Herbert Seckler. Oh ja. Weshalb hattest du ihn damals als Gast, als Thema? Ist ja auch schon eine Legende. Hammer. Hatte er Bock auf den Podcast? Ich hatte zum Anfang gedacht, er hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube, er hatte nicht so viel Bock drauf. Hat er auch gesagt zum Teil. Er macht das dann teilweise. Aber es ging dann doch recht lang noch. Also das wurde ja doch länger noch, das Gespräch. Ja, es war ein sehr schwieriger Podcast, weil er teilweise einfach sehr kurz geantwortet hat. Normalerweise im Podcast, wenn du eine Frage stellst, dann hast du ja immer Zeit, über die nächste Frage nachzudenken und vorzubereiten. Aber in den anderen sofort, mit einem Satz quasi wieder, weil er die zurückspielt. Aber es war Gott sei Dank so, dass er auch einfach ein interessanter Typ ist und das ganze Modell Sansibar ist halt so speziell. Das hat vier Jahre gemacht. Also so jemanden suchen wir immer wieder. Also das ist absolute Highlights da. Ja, okay, sehr nice. Gut, jetzt hattest du Zeit auch noch, nee, das ist eigentlich nicht zu überlegen, aber wer kommt dieses Jahr noch? Wer kann kommen oder wer soll kommen, um euer Format nochmal ein bisschen zu pushen? Also wer noch kommt in den nächsten Tagen zum Beispiel, ist einer der erfolgreichsten DJs der Welt, gebürtiger Hamburger. Den Namen soll ich nicht sagen, kommt demnächst. Kann man drauf kommen, ja. So ein Typ, der irgendwie eine halbe Million Gage pro Abend bekommt weltweit und also ein Weltstar aus Hamburg, den aber trotzdem viele nicht kennen, aber in der DJ-Szene ist er halt riesengroß. Zahlt ihr den Leuten Geld, dass ihr hier sitzt? Nee, 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 für den Podcast nicht. Aber wenn ihr irgendwo als DJ... I know, I know, aber grundsätzlich so, die Leute, die die Interviews, die zahlen dafür nicht, ne? Nein. Also die zahlen dafür nicht und wir zahlen dafür auch nicht, das ist redaktionell. Also wieder noch. Okay. Also da kommt jetzt, es kommt noch, es kommen ein paar so Internetlegenden, es kommt im Laufe des Jahres auch nochmal, bin ich sehr gespannt, wirklich unglaubliche Unternehmer, werden auch viel überrascht sein von Fressnapf, der Thorsten Töller, ist da mit Fressnapf Milliardär geworden. Ja. Das ist jetzt gerade vor kurzem ausgemacht worden. Wie viele Podcasts zeichnet ihr denn die Woche eigentlich auf? Macht ihr immer so ein bisschen, dass ihr was habt für die Hinterhand so, wenn man immer hat, dass ihr das streuen könnt? Also in guten Wochen zwei, drei Stück und dann hat man immer einen. Okay. Und genau, jetzt haben wir die Woche, glaube ich, nichts gemacht. Ja. Diese Woche ist aber eine neue Podcast-Reihe bei euch erschienen. Oh ja. Boris. Wann kommt er denn mal hier rein oder will er danach nicht mehr? Was meinst du? Also der Boris hat ja auch bei der Sache jetzt nicht in dem Sinne mitgearbeitet, sondern das ist ohne Innenstern. Nee, nee, es geht eine Doku über ihn, ne? Genau, genau. Ja. Also aber empfehlenswert unser Boris überall, wo es Podcasts gibt. Haben auch meine Kollegen von Potts, also auch das machen die zum Beispiel. Ja. Gibt es, ich glaube, acht Folgen oder sechs Folgen. Es ist jetzt wirklich, während wir sprechen, erschienen. Ich habe es da selber noch nicht hören können. Ja, genau. 22. Ja, ja, ja. Wird man sicherlich in den Charts sehen. Und ja, also er ist jetzt erstmal für Business jetzt kein Erfolgsbeispiel. Soll man meinen, ja. Ja. Aber ich gebe dir schon recht. Vielleicht würde ich sicherlich mal ein Gespräch machen, wenn das möglich wäre. Aber im letzten Jahr hatte der ja auch andere Themen. Insofern, mal gucken. Aber ich habe das Gefühl, in den nächsten Jahren könnte sich noch ergeben. Sehr nice. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass ich hier bei dir im Studio sein durfte. Und ich hoffe, wir haben den Namen, auch wenn dir es nicht so wichtig ist, den Namen Philipp Westermeyer in Nordfriesland und Umgebung ein bisschen bekannter gemacht. Ich konnte ein bisschen auf deine OMR-Konferenz und deine Formate hinweisen. Ja. Tausend Dank, dass du mir erneut zur Verfügung gestanden hast. Bin gespannt, wann uns unsere Wege wieder kreuzen werden. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Vielen Dank für alles. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Philipp Westermeyer hier im Podstars OMR Studio in Hamburg. Vielen Dank, Philipp. Danke dir fürs Interesse. Ciao, ciao.